Render, bam bam, zack zack, geh! So ist wichtig. Leben, genau. Halt! Hoi, 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 hoi. Hallo. Oh, ja. Hier. Here we go. Wenn ich euch eins schenken kann zu Weihnachten, dann ist es das Wissen, dass ich nächstes Jahr Kai Krutz selber mitmachen werde. Wir sehen uns nicht nächste Woche wieder, sondern Sonntag, wenn es wieder heißt. Was kann ich ansagen oder? Die Episoden werden auch immer kürzer. Nächste Folge bitte nur ein Monte-Einspieler und das Auto. Danke! Leute, vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Video. Wir sehen uns morgen wieder, am letzten Tag, wenn es wieder heißt... Gib mir den Anwaltsbuchstaben! Ja, Anwaltsbuchstaben! Der Anwaltsbuchstaben ist ein S. Steroide! Das war's, Joro. Wirklich... Komplett! Gehen wir heute mal wieder auf die Seite Dein Beichtstuhl. Verdammte Scheiße. Jungs schlagen wohl keine Mädchen. Es kotzt mich an, dass Mädchen immer so als zart beseitet dargestellt werden. Ich hab da einen Kontakt, der dir eventuell zusagen könnte. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich wieder, wenn es wieder heißt... Das, liebe Fische, war's an der Stelle komplett. Heute begeben wir uns mal wieder ganz tief. Damit ist nicht südlich gemeint von Deutschland. Mal wieder Kommentare vorbereitet für unser Lieblingsformat. Neben natürlich Dein Beichtstuhl, das darf ich ja nicht vergessen. Ja, das äh... Hässlich! Röschekopp! Röschekopp! Ah! Ich melde mich zurück! Ich war nie weg! Weihnachtsmann! Nikolaus Weihnachtsmann. Wer Nikolaus sein könnte... Das ist ja aber jetzt auch mir gegenüber nicht fair. So viel steht fest. Manfred! Äh, ein BH! Junge! Okay, ich seh schon, die Episode wird... Man muss nicht alles verstehen im Leben. ...20.000 Euro verzockt hat. Soweit ich weiß, ist Monte 30. Degas! Vielen Dank für die ganzen Monte-Einschnitte. Jetzt muss man die nicht selber suchen. Hallo? Ah ja! Wenn du das auf jeden Fall hast, Sascha wahrscheinlich nicht, weil er sich damit nicht auseinandersetzt... Millionär! War das gerade eine Ansage, oder was? Ich geb' dir jetzt 100 Euro. Ich hab' die Vermutung, dass er wahrscheinlich bei Monte geklingelt hat. Okay, Jungs. Ähm, ich werd' durchziehen. Jetzt, äh, gibts draußen Ramazamba. Aua! Ich würde sagen, wir legen los. Ich würd' sagen, alle Anfang ist schwer. Ja, Prudsembo. Um mehr Werbeinnahmen zu machen... FIFA! Oh, yes! Ja, ich hab' das mal so von nem... Nicht von nem Freund von mir ge... Nee, ich, also, äh... Mehr anzeigen, ey. Mehr anzeigen. In der... In der Rinn. Ja, äh... Ich, äh... Mother love me long time, long time. Du musst immer wieder nachschlagen. Irgendwie müsste das ja ein Kompliment sein, oder? Wie? Wir Eis holen. Ja, Schokolade bitte. Was? Was? Guckt man einer Blondine die Nase? A. Man schläft keine Frauen. B. Mit Monte. Das mach' ich am liebsten mit dem, Digga. Mehr Monte-Einschnitte. Alter! Bam, bam, zack, zack! Geh! So ist richtig. Mal... Leben... Genomm! Hallo? Hey! Ne. Ja, Moin. Hallo? Hallo? Oh, ja. Ehren.